Vor etwa zehn Jahren habe ich die Firma Hörzentro gegründet. Wir haben inzwischen eine ganze Menge Mitarbeiter, die mich fleißig unterstützen. Was immer mehr nachgefragt wird, sind Hörsysteme, die einfach ästhetisch ansprechend und klein sind. Da gibt es natürlich inzwischen eine solche Vielfalt von Hörgeräten, die beispielsweise auch mit dem Smartphone verbunden werden, sodass man seine Hörsysteme inzwischen telefonieren und die Geräte über das Smartphone fernsteuern kann. Ein ganz besonderes Produkt, was sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Firma ist, ist das Lyric, ein Hörgerät, welches komplett unsichtbar ist, welches überhaupt nicht mehr bedient werden muss und direkt vom Trommelfell sitzt. Der Ein-Hörgerät Vielen Dank.